Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 27 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 620 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017